In den 90ern eroberte Duke Nukem mit seinem stumpfen Humor die Bildschirme der Gamer. Seit 2011 hört man aber nichts mehr vom Kulthelden der 90er. Wie konnte es dazu kommen, dass eine der beliebtesten Videospielserien der 90er durch Duke Nukem Forever zum Absturz gebracht wurde? In diesem Video schauen wir uns die 15-jährige Entwicklung von Duke Nukem Forever an und was dabei alles schief lief. Das ist der Aufstieg und spektakuläre Fall von Duke Nukem. Bevor wir uns das Spiel von 2011 ansehen, das den Duke quasi getötet hat, gehen wir erstmal zurück ins Jahr 1991. In diesem Jahr erschien das Spiel Duke Nukem, ein Shoot'em Up mit einem blonden, muskelbepackten Typen. Das Spiel wurde von Apogee Software entwickelt, heute ist das Studio unter dem Namen 3T Realms bekannt. Die Verkaufszahlen waren nicht schlecht und der Nachfolger war schnell beschlossen. 1993 erschien Duke Nukem 2, zwar blieb man hier noch dem Shoot'em Up-Genre treu, verbesserte aber so gut wie jeden Gameplay Aspekt. Der zweite Teil war ein noch besseres Spiel und konnte dadurch die Fangemeinde vergrößern. Wirklich interessant wird es aber erst mit dem nächsten Teil. Duke Nukem hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine solide Fanbasis und dass man noch einen Teil veröffentlichen wird, war eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit. Was aber nicht selbstverständlich war, war dass man das gesamte Kern-Gameplay über den Haufen wirft. In den 90ern waren 3D-Spieler das nächste große Ding. 2D-Plattformer wie die ersten beiden Duke Nukem Spieler starben langsam aber sicher aus. 1994 wurde bei Apogee Software eine Unterabteilung unter dem Namen 3T Realms gegründet, die für 3D-Ego-Shooter zuständig sein sollte. Der Ego-Shooter zu der Zeit den Videospielmarkt beherrschten, wurde ein Jahr später Apogee als Ganzes in 3T Realms umbenannt. Um mit der Zeit zu gehen, entschied man sich, dass das nächste Duke Nukem ebenfalls ein Ego-Shooter werden soll. Wie sich später herausstellen sollte, war das eine geniale Entscheidung. Mit der Build-Engine, die von Ken Silverman für 3T Realms entwickelt wurde, wollte das Studio das nächste Duke Nukem verwirklichen. Die Engine war für damalige Verhältnisse einer Meisterleistung, da sie ziemlich fehlerfrei war und dem Spieler viel Interaktion mit der Spielwelt ermöglichte. Neben dem soliden technischen Grundgerüst konnte Duke Nukem 3D, das 1996 veröffentlicht wurde, vor allem durch seinen derben Humor die Spieler begeistern. Einen One-Liner nach dem anderen bekam man zu hören, während man sich durch die Gegner ballerte. Das durchdachte Level-Design und einige einzigartige Waffen rundeten das Spielerlebnis noch zusätzlich ab. Duke Nukem 3D war der endgültige Durchbruch der Reihe, die nächsten Jahre kamen unzählige Spin-Offs und Action-Figuren auf den Markt. Der Duke war einer der bekanntesten und beliebtesten Videospielcharaktere dieser Zeit. Im Jahr 1997 kündigte 3D Realms also mit Begeisterung an, dass neben den Spin-Offs noch an einem richtigen Nachfolger gearbeitet wird, der unter dem Namen Duke Nukem Forever erscheinen soll. Dieses Spiel sollte Jahre später dafür verantwortlich sein, dass die Reihe heutzutage in der Versenkung verschwunden ist. Aber fangen wir mal ganz am Anfang der Entwicklung an. Verantwortlich für Duke Nukem Forever war George Broussard, der bei Duke Nukem 2 als Designer gearbeitet hat. Danach wurde er zum Produzenten befördert. Der Titel Duke Nukem Forever war eine Anspielung an den Film Batman Forever, der 1995 in die Kinos kam. Mut, Wahrheit und Gerechtigkeit. Batman Forever. Zu Beginn war geplant, dass man das Spiel mit der Quake Engine entwickelt. Der id Software zu der Zeit die Engine an Drittanbieter lizenzierte. Zu Beginn der Entwicklung wurde diese Idee aber wieder über den Hoffen geworfen, da im Jahr 1997 Quake 2 mit dieser Engine erscheinen sollte. George Broussard war der Meinung, wenn Duke Nukem Forever veröffentlicht wird, sei die Engine schon wieder veraltet. Geplant war zu Beginn nämlich, dass das Spiel 1998 erscheint. Den ursprünglichen Releasetermin hat man aber sowieso ein kleines bisschen verpasst, genauer gesagt um 13 Jahre. Statt der Quake Engine entschied man sich dazu, die id Tech 2 Engine zu verwenden, die ebenfalls von id Software entwickelt wurde. Auf der id 3 zeigte man zum ersten Mal Gameplay-Szenen und die sahen wirklich gut aus. Ein Monat später gab man aber bekannt, dass man die Engine erneut wechselt. Diesmal von der Tech 2 Engine auf die Unreal Engine. Neuer Befehl vom Boss, schmeißen alles raus. Bei Free Tee Realms war zu dem Zeitpunkt schon bekannt, dass George Broussard sich schnell ablenken ließ, sobald es eine neue Engine gab, da er die bestmögliche Engine für das neue Duke Nukem haben wollte. Oh ja, das versteht du das sexy. Dadurch verschwendete man bei Free Tee Realms aber viel Zeit und Geld durch die ständigen Enginewechsel. Dass man das Spiel nicht 1998 auf den Markt bringen kann, war zu dem Zeitpunkt schon klar. 1999 wechselte man die Engine noch einmal, da es eine neuere Version der Unreal Engine gab. Den Release-Termin, den man auf 1999 verschoben hatte, konnte man also wieder nicht einhalten. Im November 1999 veröffentlichte man zwar ein paar Screenshots des Spiels, ein neues Release-Datum gab man aber erst gar nicht bekannt. Kurz darauf kaufte Infogrames den Publisher GT Interactive auf, der für den Vertrieb von Duke Nukem zuständig war. Das erwähne ich deshalb, weil im Jahr 2000 daraufhin die Rechte an Duke Nukem sowohl an Free Tee Realms als auch an Take-Two verkauft wurden. Das war für die Entwicklung von Duke Nukem Forever nicht unbedingt hilfreich, denn George Broussard und Take-Two kamen überhaupt nicht miteinander aus, was die Entwicklung noch mehr erschwerte. Von Duke Nukem Forever hörte man in dieser Zeit so gut wie gar nichts mehr. Erst im Jahr 2001 auf Day 3 wurde wieder ein Trailer gezeigt. Der sah dafür aber wenigstens ziemlich gut aus. Danach war es aber wieder still um das neue Duke Nukem Spiel. Der Take-Two-CEO Jeffrey Lapin gab 2003 bekannt, dass es noch kein Release-Datum für das Spiel gibt. Zusätzlich erwähnte er noch, dass Take-Two 5,5 Millionen Dollar seiner Einnahmen abschreibt, um zu vermeiden, dass Duke Nukem Forever einen negativen Einfluss auf den Aktienkurs hat. Das wollte George Broussard so aber nicht stehen lassen. In einem Statement sagte er kurz darauf folgendes. Take-Two sollte die Fresse halten. Wir wollen nicht, dass Take-Two dummes Zeug in der Öffentlichkeit sagt, nur um den Aktienkurs zu verbessern. Das ganze Geld für die Entwicklung kommt von uns. Wir sind also entweder vollkommen bescheuert oder glauben an das, an dem wir arbeiten. Dass er das ernsthaft so gesagt hat, obwohl er für dieses millionenschwere Unternehmen arbeitete, finde ich durchaus beeindruckend. Im selben Jahr wurde bekannt, dass 3D Realms nur 19 Vollzeitbeschäftigte Entwickler hatte, die an Duke Nukem Forever arbeiteten. Ehemalige Mitarbeiter erzählten, dass bei 3D Realms Spieler immer noch mit der Mentalität der 90er entwickelt wurden. In den 2000er Jahren waren Videospieler aber schon so groß, dass man Spieler in der Größe eines Duke Nukem nicht mit so einem kleinen Team entwickeln konnte. Die Entwicklung des Spiels zog sich so in die Länge, dass 3D Realms es verpasste, das Personal zu vergrößern, um mit der Arbeitsbelastung Schritt zu halten. Dadurch, dass keine neuen Leute ins Unternehmen kamen, blieb 3D Realms in seiner eigenen Plaza gefangen und bekam nicht mit, wie andere Studios zu der Zeit Videospiele entwickelten. Ende 2003 verplapperte sich der Take-Two-CEO Jeffrey LaPierre, als er sagte, dass 3D Realms vorhätte, Duke Nukem Forever Ende 2004 bis Anfang 2005 zu veröffentlichen. George Broussard bestritt aber, dass es solche Pläne jemals gab. 3D Realms hatte es zu der Zeit bereits aufgegeben, Veröffentlichungstermine festzulegen. Jedes Mal, wenn danach gefragt wurde, sagte George Broussard einfach nur, wenn es fertig ist. Danach war es wieder drei Jahre still um das Spiel. Erst 2006, zu Beginn des HD-Zeitalters von Videospielen, gab George Broussard in einem Interview bekannt, dass man dabei sei, die letzten Kleinigkeiten von Duke Nukem Forever fertigzustellen. Jeffrey LaPierre, der CEO von Take-Two, kam bekannt, dass man eine Klausel ausgehandelt hätte, die festlegte, dass 3D Realms einen Bonus von einer halben Million Dollar erhalten würde, wenn das Spiel bis Ende 2006 veröffentlicht wird. George Broussard passte das überhaupt nicht. Er erklärte in einem Statement wütend, dass es keine Pläne gäbe, das Spiel 2006 zu veröffentlichen. Er würde niemals ein Spiel frühzeitig veröffentlichen und den Bonus von Take-Two nicht wollen. Heutzutage wäre es zwar schön, wenn der ein oder andere Entwickler der Auffassung wäre, ein Spiel nicht zu früh zu veröffentlichen, man denke nur an Cyberpunk, Jedi Survivor oder Gollum. Aber bei einem Spiel, das ohnehin schon zu diesem Zeitpunkt acht Jahre Verspätung hat, ist diese Aussage nicht wirklich angebracht. Ganz zu schweigen, dass einige der Angestellten von 3D Realms diesen Bonus wohl ziemlich gern gehabt hätten. Viele von ihnen waren seit Jahren bei 3D Realms und haben an keinem anderen Spiel als an Duke Nukem Forever gearbeitet. Ihre Lebensläufe waren also wenig beeindruckend und ihre Arbeitserfahrung war nur auf einiger weniger Toolsets beschränkt, was ihr zukünftiges Einstellungspotenzial bei anderen Arbeitgebern eher behinderte. Zusätzlich lag das Gehalt, das 3D Realms zahlte, unter dem Branchendurchschnitt. Das lag daran, dass die Verträge dafür Gewinnbeteiligungen vorsahen. Das klingt in der Theorie zwar nicht schlecht, wenn man aber jahrelang an einem Spiel arbeitet, das nie erscheint, gibt es keine Einnahmen, an denen man beteiligt werden könnte. Zur Erinnerung, das Spiel war schon seit neun Jahren in der Entwicklung. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Warum? Das sorgte dafür, dass 2007 zahlreiche Angestellte bei 3D Realms kündigten und sich neue Jobs suchten. Genaue Zahlen, wie viele Mitarbeiter man zu der Zeit verloren hat, sind öffentlich nicht bekannt. George Broussard und der CEO von 3D Realms, Scott Miller, merkten jetzt aber endlich, dass man etwas unternehmen musste. Der Großteil der Entwicklung wurde von den beiden finanziert. Langsam aber sicher wurde aber das Geld knapp. Also stellte man einige neue Mitarbeiter an, mit denen man das Spiel endlich fertigstellen wollte. Ende 2007 gab es einen kurzen Teaser zum Spiel, der aber kein Gameplay zeigte. Das war aber das erste Bewegt-Material, das man seit der E3 2001 zu sehen bekam. Obwohl man vom Spiel selbst nichts zu sehen bekam, machte das Spiel jetzt aber wohl endlich große Fortschritte. Das lag vor allem an Brian Hook, der in diesem Jahr die Stelle als Projektleiter übernahm. Er war der erste, der wusste, wie er mit George Broussard umgehen musste und die Änderungswünsche von ihm konsequent ablehnte, wenn sie die Entwicklungszeit verlängert hätten. 2008, also 10 Jahre nach dem eigentlich geplanten Release, begann die Freundschaft zwischen George Broussard und Scott Miller zu bröckeln. Ende der 90er hatte 3D Realms immer genug Geld und der CEO Scott Miller vertraute darauf, dass George wusste, was er tut. Nachdem sich die Entwicklung aber schon so sehr verzögerte, bezweifelte er das langsam. In diesem Jahr war es so weit, dass man merkte, dass man ohne finanzielle Hilfe das Spiel nicht fertigstellen kann. 2008 war die Beziehung zwischen 3D Realms und Take-Two aber schon unglaublich eisig. Nach allem, was George Broussard öffentlich schon gegen Take-Two gesagt hatte, musste er jetzt um 6 Millionen Dollar bitten, um das Spiel fertigzustellen. Das Treffen wurde nicht offiziell dokumentiert. George und Scott behaupteten aber, dass Take-Two ursprünglich zugestimmt hätte, dann jedoch das Angebot auf 2,5 Millionen Dollar reduziert hätte. Take-Two wiederum sagte, dass das nicht wahr sei und man sich gleich zu Beginn darauf einigte, 2,5 Millionen Dollar gleich und weitere 2,5 Millionen Dollar nach dem Release zu zahlen. Welcher der beiden Seiten hier die Wahrheit sagt, werden wir wahrscheinlich nie wirklich wissen. George Broussard lehnte dieses Angebot jedenfalls ab und sagte, dass man die Entwicklung von Duke Nukem Forever im Jahr 2009 einstellen wird. Dabei dürfte es sich aber wohl nur um ein Bluff gehandelt haben. Im Jahr 2009 gab es mehrere rechtliche Streitereien zwischen Take-Two und Three-Two Realms, in denen beide immer wieder sagten, dass der andere schuld sei. Take-Two finanzierte das Spiel weiterhin nicht und 2010 gab man den Streit auf. Eine Handvoll Mitarbeiter arbeitete von daheim aus während der Freizeit an dem Spiel weiter. Große Fortschritte machte das Spiel dabei aber natürlich nicht. Diese paar Mitarbeiter gründeten kurz darauf aber das Spiel Triptych Games mit Sitz in Texas. Das kleine Büro, das man mietete, befand sich zufällig im selben Gebäude, in dem sich der Sitz des Entwicklers Gearbox befand. Einer der Mitbegründer von Gearbox war Randy Pitchford. Der arbeitete bis 1997 bei Three-Two Realms und entwickelte sogar noch ein paar Wochen bei Duke Nukem Forever mit, bevor er Three-Two Realms verließ. Das neu gegründete Triptych Games fragte bei Gearbox nach, ob sie vielleicht Interesse hätten, Duke Nukem Forever zu finanzieren. Das führte zu einem Treffen zwischen Randy und George Broussard. Randy füllte mit George mit, da er merkte, dass es ihm zu schaffen machte, dass er es nicht schaffte, Duke Nukem fertigzustellen. Gemeinsam mit seiner Liebe zu Duke Nukem und seinem Mitleid zu George Broussard sorgte das dafür, dass Randy mit Take-Two darum verhandelte, das Spiel zu finanzieren. Er versprach, das Spiel bis 2011 zu veröffentlichen. Take-Two war einverstanden und Gearbox erwarb die Rechte an Duke Nukem. Randy konnte sein Versprechen halten und Duke Nukem Forever wurde 2011 mit 15 Jahren Verspätung veröffentlicht. Das Ergebnis kam aber nicht allzu gut an. Hier halte ich mich erstmal etwas kürzer, was das Spiel selbst angeht. Hier soll es mehr um die Entwicklung selbst gehen. Schreibt aber gerne in die Kommentare, ob euch ein Video, in dem es mehr ums Spiel geht, interessieren würde. Von der Videospielpresse wurde das Spiel zerrissen. Es konnte grafisch nicht mit anderen Spielen von 2011 mithalten. Technisch hatte das Spiel viele Probleme, es hatte Pacing-Probleme und für viele war der Humor geschmacklos und veraltet. Möchte jemand seine Garderobe abgeben? Ich hätte einen Ständer parat. Interessant dabei finde ich, dass 2011 die Leute noch nicht so empfindlich wie heute waren, was Sexismus, Rassismus und so weiter angeht. Ich muss zugeben, es würde mich echt interessieren, was für Reaktionen das Spiel heute auslösen würde, wenn es heutzutage veröffentlicht werden würde. Die Verkaufszahlen waren dementsprechend niedrig. Da die Entwicklungskosten großteils von Gearbox und 3D Realms getragen wurden, war Duke Nukem Forever zumindest für Take-Two dennoch profitabel. Die Geschichte ist hier aber noch lange nicht vorbei. 2013 verklagte 3D Realms Gearbox wegen nicht gezahlter Lizenzgebühren, nachdem sie die Rechte von Duke Nukem an Gearbox verkauft hatten. Drei Monate später zog man die Klage aber zurück und entschuldigte sich für den Vorfall. Man gab bekannt, dass man den Streit einvernehmlich gelöst hätte. 2014 wiederum verklagte Gearbox 3D Realms, da die versuchten ein Spiel mit dem Namen Duke Nukem Mass Destruction zu entwickeln. Die Rechte an Duke Nukem gehörten mittlerweile aber ja zu Gearbox. 3D Realms entschuldigte sich wieder öffentlich und gab zu, dass man ohne der Erlaubnis von Gearbox kein Duke Nukem Spiel entwickeln hätte sollen. George Broussard hat sich aus der aktiven Videospielentwicklung zurückgezogen. 2022 hörte man aber wieder von ihm. Das lag daran, dass Scott Miller einen Blog darüber veröffentlichte, in dem er darüber schreibt, was bei Duke Nukem Forever schief lief. Laut ihm waren die Hauptprobleme der Personalmangel, die ständigen Enginewechsel und die mangelnde Planung der Entwicklung. George Broussard twitterte daraufhin, dass Millers Behauptungen Unsinn seien. Er beschrieb Miller als manipulativ, narzisstisch und warf ihm vor, immer anderen die Schuld zu geben. Gleichzeitig warf er Miller vor, dass er Schuld am Verlust von 3D Realms und der Rechte von Duke Nukem sei. 3D Realms gehört seit 2021 zur Embraiser Group, woran die aktuell arbeiten ist öffentlich aber nicht bekannt. Auch Gearbox, die die Rechte an Duke Nukem besitzen, wurden 2021 von der Embraiser Group aufgekauft. Und wie sieht's mit Duke Nukem heutzutage aus? 12 Jahre ist Duke Nukem Forever mittlerweile her und bis heute erschien kein neues Duke Nukem Spiel mehr. Kurz nach Duke Nukem Forever arbeitet der Gearbox an einem Spiel mit dem Namen Duke Nukem Begins, dessen Entwicklung aber irgendwann eingestellt wurde. Es gibt zwar immer mal wieder kleinere Gerüchte darum, dass an einem neuen Spiel gearbeitet wird, bewahrheitet haben sich die bisher aber nicht. Dafür dürften wir in Zukunft aber wohl einen Duke Nukem Kinofilm bekommen. Wer den Duke spielen soll, ist offiziell zwar nicht bekannt, einen Namen, den man aber immer wieder hört, ist John Cena. Wie der brachiale Humor von Duke Nukem aber in einem Kinofilm heutzutage funktionieren soll, wissen wohl nur die Typen von Gearbox, die meinten, das sei eine gute Idee. Ob wir irgendwann wieder mal als Duke Nukem Aliens über den Haufen schießen werden, wird nur die Zukunft zeigen können. Aber selbst wenn, wird sich der Duke gravierend verändern müssen. Denn Duke Nukem ist ein Relikt seiner Zeit, das es heutzutage mit seiner Art des Humors sehr schwer haben würde. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.